Hallo und jetzt kommt zu diesem kleinen Informationsvideo es geht um die Community Server weil sie wirklich sehr wenige Bewerben haben ähm haben wir jetzt die Community Server verschoben und zwar nicht der 14. sondern der nächsten Montag also der 21. glaube ich äh an dem wird jetzt sein also nochmal eine Woche verschoben und ich bitte euch doch wenn ihr alles 17 habt daran teilzunehmen denn es macht so Spass ähm ich habe hier das Bewerbungsformular eben das ist unten in der Videobeschreibung ist das Bewerbungsformular Link draufklicken da kommt ihr auf diese Seite hier und dann steht hier wie heißt dein Name da schreibt ihr zum Beispiel Dominik das heisst ich oder eben einfach ähm euer Name so dann wie heißt es eine E-Mail die E-Mail brauchen wir für das Bestätigung und für die Passworte und so weiter das schicken wir über E-Mail das deshalb brauchen wir E-Mail also E-Mail braucht ihr und ähm warum ist es auf unserem Server wir möchten ja nicht irgendwelche Leute aufnehmen die nur drauf sind ähm um Quatsch zu machen die die das machen und die werden wir doch auch kicken weil es sind immer wieder Leute traf die das kontrollieren werden und ähm deshalb möchte ich hier eine relativ große Antwort also nicht nur ein Satz sondern eine grössere Antwort hier für das warum willst du auf unserem Server eine grössere Antwort haben weil wir möchten nicht irgendwelche Quatschleute drauf haben weil es gibt halt immer solche Leute hast du skype nickname das heißt du kannst auch nein schreiben das würden wir akzeptieren wenn ihr jetzt kein Skype habt müsst ihr nicht haben wenn ja dann schreibt bitte hier unten euer nickname von Skype dann wie alt bist du das möchten wir einfach wissen weil wir nehmen natürlich nicht Kinder auf die dreijährige äh vierjährig sind oder so deshalb wollen wir das halt auch einfach wissen wie alt ihr seid es bleibt alles geheim da müsst ihr keine Angst haben es geht ja nur um Sicherheit um Leute die keine Ahnung was machen auf dem Server das ist bewerblich dann klickt ihr auf Senden und dann müsste das eigentlich alles schon geregelt sein unten in der Videobeschreibung ist der Link da könnt ihr draufklicken ähm ja und ich würde mich irgendwie verabschieden wenn es auch gefallen hat dann lasst kein Daumen noch um da nein ähm genau ich würde wirklich bitten das zu machen und ja weil es macht dann wirklich es macht Spass und der Server wird dann halt jetzt um eine Woche verschoben die E-Mail kriegt ihr dann so Ende der Woche Ende dieser Woche kriegt ihr dann die E-Mail ob ihr ob ihr drin seid oder ob ihr keine Ahnung zu wenig geschrieben habt ob ihr ob ihr zu jung seid keine Ahnung auf jeden Fall würde mich verabschieden bis bald euer Feuerst und ich würde mich bewerben ich bin natürlich auch nur kurz zur Info ich bin natürlich auch auf dem Server je nachdem zum Teil wenn ich aufnehme werde ich vielleicht auch machen auf jeden Fall bis bald euer Feuerst Tschüss bis bald Vielen Dank.